gut dann kümmern wir uns um die mission und dann gehen wir nach da und dann gehen wir hier hin das ist eine lien verbindung, wow please help das hat mich jetzt vom Hocker, ey, was war eigentlich irgendwo unterirdisch, da vorne ist ein Dings oder, ja da geht es rein ich habe sich zu viel letztes fallen lassen, da muss man gleich mal hingucken ich bin so wutend, sie sind weg, sie sind weg, seit Wochen mache ich was sie sagen ich kam zum Konsulat, ich habe nicht kontaktiert diese Idee, habe mich versteckt als draußen war Epidemie, obwohl ich vielleicht besser weiß als jeder andere, was ist los ich habe mich so gut versteckt, dass sie mich vergessen haben bei Evakuierung sie sind, dafür gibt es wunderbare Redewendung, bei Nacht und Nebel verschwunden mir fehlen die Worte, ich bin jetzt hier schutzlos in einer Stadt, in der herrscht das Recht des Stärkeren das hat nur ein gutes, jetzt kann mir keiner mehr verbieten zu sprechen mit DCD oder zu suchen Dr. Amherst jetzt bin ich frei, ich hoffe, es ist nicht zu spät ich weiß nicht genau, vielleicht 6 ich weiß nicht mehr zum grues ich weiß nicht mehr�rauschen ich weiß nicht mehr es quasi mal ich weiß es nicht mehr ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr okay, der wollte den grad da erschlagen aber das könnten wir abwenden das sind ja auch ein paar Asis, oder? manchmal da war es das echt nicht ok, wir müssen also hier hoch alles klar ok alles klar, einmal durchs Haus ilaufen, damit wir hier hochkommen premium wieder ins Haus damit wir ja, einmal durchs Haus laupen, um auf der einen Seite wieder rauszuklettern jawohl Bild mega premium wow, ich kann mich kaum halten ich fühle mich so geehrt, dass ich mich markierte Position in der Nähe bett ja, da war ich es wahrscheinlich ich bin trotzdem hier nicht rein finde ich auch gut vollkommen überbewertet da müssen wir sowieso hin so verkehrt ist es gar nicht genau in Lieferung ok ich stimme auch anders in das Haus rein ja, ein Lieferung ist doch Waffen meint er ja nicht Moment aber nur weil ich bei der Sonsvan schön getriggert hat, weißt du? war und ich den überhaupt noch nicht machen wollte das war nicht dein Ernst ich bin mir gerade, wenn ich mich jetzt einfach mal killen lasse ah, du kleiner Vixiude, ohne Witz, jetzt ist der Kampfhäschler so ein Schmörner gehen wir halt einfach da hin das Kraftwerk Warengate stammt aus den 20ern als die Leute noch Dinge für die Ewigkeit bauen im Moment ist es außerdem die einzige Energiequelle für fast ganz Manhattan deswegen haben wir ein Team als Aufpasser hingeschickt aber wir haben keine ok Agent, nehmen wir an, das JTF Team ist tot weil, naja, machen wir uns nichts vor kümmern wir uns also um die Lebenden Sie müssen diese Rikers aus dem Gebäude vertreiben weg von meinen Generatoren und seien sie vorsichtig sie sind äußerst temperamentvoll und stehen unter ziemlich hohem Druck ja, das hat er ja früher schon mal erzählt ah das ist ein Kinderspiel Knie Knap sie raus wie sie das kraftwerk betreten ja das sieht solide aus die jammies haben ja zum 90% scheiß gebäude okay er war noch nicht fertig ich habe mich alle gut weil ich was zu sagen haben. Larry hat uns aus Rikers rausgeholt und gesagt, wir könnten unsere eigenen Wege gehen. Jetzt kommt das Gesetz zurück und will uns den Hahn zudrehen. Sie wollen uns wieder einsperren. Wollt ihr im Knast sterben? Wollt ihr, dass die tun können, was sie wollen? Also ich spiel da nicht mit. Von mir kriegen die nichts, hört ihr mich? Im Gegenteil, ich nehm ihr alles von denen. Seid ihr dabei? Ihr werdet nicht im Knast sterben. Ihr werdet hier auf den kalten Steinen dieses Kraftwerks verrecken. Ich hoffe, dass eine große Flamme in allen umstehenden Brand setzt. Nutzen Sie das zum Vorteil. Okay. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Möjtiki, aber das war ja easy. Wieder die Miss-Effekt-Mucke hier. Lass mich kurz scannen. Ich bin bereit. Was? Sprengstoff? Moment. Wie krass sind die denn? Der Sprengstoff ist bereit. Wir sprengen die Generatoren auf dein Zeich. Aber wir kriegen Gesellschaft. Haben wir vorne drüber geschossen? Ok Rico, was macht ihr? Das wäre Psycho, ey. Der hat doch von diesen einen ruhigen Schauspieler die, Alter. Toll. Diese Arschlöcher sind lebensmüde. Sie wissen, wie man mit Sprengstoff umgeht, oder? Der Schnifflein hier... Sieht so aus, als hätten wir eine neue Bude, Leute. Ihr sollt immer richtig die Sau rauslassen. Die von den Vorstellern der Arm ist ziemlich beliebt bei der JTN. Die glauben wir servieren Ihnen die Schlüssel zur Stand auf einem Silbertablett? Falsch! Zeig dir, wer das sagt. Ohne Witz. Tarnhandschuhe. Das ist ein Muni, hilft mir jetzt auch nicht wirklich. Ihr atmet immer noch. Scheiße, stimmt ja, ihr könnt nicht sterben, weil ihr die Guten seid. Die mit den weißen Hülten. Los, ist das hier kein Filmchauvers? Das ist jetzt unsere Show. Wisst ihr, hier geht's nicht darum, auf welcher Seite man steht. Es geht um Strom. Ihr braucht ihn, wir haben ihn. Und ich kann damit machen, was ich will. Ein großer Knall. Mehr schreibt sie nicht. Die ganze Stadt ist wieder im Mittelalter. Den kriegt den keiner. Lorraine hat völlig recht. Da draußen gibt's nur das, was man sich nimmt. Wir haben uns das hier genommen und geben es nicht zurück. Falls ihr es wagt, rasten wir aus mit einem hübschen, großen Knall. Lasst uns in Ruhe, dann haben es alle schön warm heute Nacht. Wenn nicht, sterben alle im Dunkeln. Das ist klasse, das war nicht selber nicht, du Asi. Oh. Das ist eine Speise-Sprengladung finden. Finde ich mal hin. Jetzt habe ich auch keine Zeit zum... Das ist ein wenig. Was ist das? Wir machen das! Ah, da sind die Platze da oben Alles klar Jetzt muss ich aber schnell den Sprengstoff finden Wir haben glaube ich keine Zeit vor Wäre nur zu blöd, wenn uns die ganze Booty um die Ohren fliegt Booty entschärft, keine weiteren Vorrichtungen entdeckt Schön, dann räumen Sie mit den Arschlöchern auf Sobald es halbwegs... ...sicht...